Musik 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 Dann geht die Action los Und weg Ja wohin wohin Hier hinten hier links Hier oder? LOL Uiuiui Also du hier runter bist Ich habe halbes Leben Schaden bekommen Wobei ich eigentlich gar nichts gemacht habe Oh und Zuckerrohr für Verzauberung Ja Oh direkt alles mit Ok alles wird hier recht schwer aber Oh ne das sind welche Achtung Sneak 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 Einfach durchgehen Sneaken Ja So Oh Rechts Eisen links Essen Ok Ach das Essen hast du rein Ja gut ich mache jetzt einfach Ist ja egal Hauptsache Essen ist drin Ich mache jetzt nochmal einen Ofen Ja passt ja Hier brauchen wir sowieso noch mehr Hier nochmal zwei und dann dürfte es passen Ach noch einen? Nochmal zwei Stück Weiß ob man viel machen muss Na gut hast du Steinen Ja Und ich habe nur keine Kohle Achso ja macht nichts In der Öfe ist ja genug Ja So Boom Boom Ok Passt Wo ist das Eisen? Hier Erst Spitzsacke mache ich mal Oder erst Ne erst Schwerter oder? Erst Schwert Ja würde ich schon sagen Wie sieht es denn bei dir mit dem Holz aus? Hast du noch einiges oder? Ich habe noch elf Holz Stämme Das ist perfekt weil ich habe jetzt nur noch einen Ja gut Mehr brauchen wir nicht denke ich Ja aber meine einer wäre knapp geworden Ja stimmt Ähm Lass wir mal direkt unsere private Kiste machen Stimmt Gute Idee Nur eine oder? Ähm Eine oder Doppelkiste im Moment Doppelkiste braucht man nicht würde ich sagen Ähm Oder? Man kann eine Doppelkiste kann man machen Ja gut aber da gehen halt vier Holz Stämme drauf Einzelne reicht ja Jetzt setzt die mal hier Hier würde ich weiter einfach hier rein oder? Da Und ein Schild brauchen wir also Gebt man noch kurz Holz rüber Oder machst du es? Ja ich mach schnell Einen Stick habe ich noch Achso Dann drop mal bitte Danke Jetzt habe ich einen Stick zu wenig für meine Spitzhacke Es hat voll nichts gebracht Da Da liegt Ja Und was muss ich da jetzt schreibe? Unseren Teamnamen Ich glaube ohne Hashtag sogar Ich weiß es nicht Es wird dann auf jeden Fall eine Meldung im Chat kommen Du kannst nur eine Doppelkiste sichern Hä? Warte Ja Ok Ich mach noch eine Kiste Ok Kann nur eine Doppelkiste sichern Ja gut Ja Jetzt Ich mach mal kurz das Schild dran Anni Dursts ja Äh Ja Fast Ok Ok dann würde ich sagen Pack mal hier jetzt erstmal das ganze Zeug rein Alles mehr oder weniger wichtige Gold Zum Beispiel so eine Seerose brauche ich jetzt nicht Nee Holz Komm ich da auch mal rein Ja Und die Holztools brauchen wir auch nicht mehr Stimmt Und Stein auch nicht Ähm Schwert nicht hier Aber das andere schon Ja klar Soll Dann Jetzt einfach ein bisschen Minen oder Ja Würde ich auch sagen Ich nehme hier noch mal drei Eisen für eine Spitzhocke Problem wird eine Sache sein zum Beispiel der Nähte Das ist die Überlegung ob wir da überhaupt erst reingehen Ich würde schon sagen Verzauberungstisch und so Zaubertisch brauchen wir ja nicht für Nähte aber halt Tränke wären das ja Mikrofon muted Mikrofon activated Äh wie? Was? Zaubertisch? Für den Zaubertisch müssen wir ja nicht in Nähte rein Hä doch Obsidian Geht ja auch in einer normalen äh LOL Stehe überall Sorry Sollte ich nicht nur für Tränke lohnt sich das nicht an Spawn zu gehen Nee Dann würde ich sagen dass wir halt so einen Pfadzauberungstisch irgendwie noch bekommen Ist auf jeden Fall aber mehr Mehr nicht Nee Dass du keine Tränke könntest So Ich mach mal wieder hell Also ich baue mich dann auch immer so in die Seite rein Mach ich auch Aber ich baue halt einfach irgendwie rein Naja klar Macht ja nichts Und ich sneaker auch immer dabei Ist ja die Frage ob man hier direkt schon jemanden sieht oder so Nee ich denk's nicht Wird jetzt sowieso erstmal so viel wie es geht Eisen farmen Ja Wenn hier überhaupt was ist Bisher finde ich immer nur Redstone Ja aber hier kommt das jetzt rein einfach Ich baue einfach irgendwie Jaja Ich hab immer nur Redstone Ich auch ja So ich baue hier vorne mal weiter Oh ne jetzt schreibt jemand im TS Ich guck jetzt sicher nicht Nee Wäre nicht so gut Nee Zeit ausnutzen so vieles geht Okay hier ist wieder nix Oh Erste Spitzer kaputt Sieht man eigentlich irgendwo wie viele Leute noch lebe Äh Serge Teams dürfte gehen Oder? Keine Ahnung Ja Aber das ist folgespam Man sieht dann auch noch welche rot sind und welche nicht Also welche tot sind Es sind noch nicht so viele Also leben noch einige Ja Okay man sieht eh nur Also sieben Leute sind noch allein und die anderen werden gar nicht jetzt angezeigt die komplett draußen sind Oh das ist gut So Also Es sind noch einige aber viele sind auch schon weg Ja Ist ja gut Können auch gerne alle weg sein Habe nichts dagegen Ja gut Stein habe ich in der Hotbar Falls jetzt irgendwie mal Lava kommen sollte oder irgendwas Ja Aber ich habe das Gefühl hier unten ist Eisen relativ selten Glaub ich auch dass wir ein bisschen höher müssen Ich habe halt keine Ahnung wie es hier in Minecraft ist Wäre das jetzt noch Minecraft 1.7 wüsste ich's Der eine bekommt keinen Support mehr weil der Paddy getötet hat Lol Ist das geil Aber ich saub der mich hier tötet der bekommt auch erst mal länger keinen Support mehr Mit einem einfach komplett ignoriert Dia Als ob Ich habe Dia Ich habe die Spitzsacke die Eisenspitzsacke Ich auch Ich habe auch keine Okay 2 Ich habe 6 Dia Alter Ne 8 Okay Okay Moment Lass mal kurz rechnen Eine Spitzsacke sind 3 Dann kann man einen Zaubertisch machen Das sind 2 Ich habe 8 Dia Okay wir bräuchten 9 Dia Brauchten wir Einer noch Ich save aber erstmal Ja 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 Oh mein Gott Oh mein Gott 8 Dia Lol Toll Toll Okay Perfekt Wenn wir jetzt den 9. haben können wir wirklich Zaubertisch machen können eine Spitzsacke machen für Obstittchen für den Zaubertisch und zwei Schwerter Ja Oh das wäre richtig gut Das Ding ist halt wir brauchen es halt Ja Ich habe Eisen Oh nice Ich habe Lapis Auch nice Brauchen wir ja für Verzauberung Ja Also wieder 6 Eisen Nice Also im Moment läuft es Mhm Hier ist noch mehr nochmal Direkt hier Das nächste Was? Ich habe wieder nochmal 8 Eisen 9 Als ob Als ob Ist halt die Frage ob wir uns dann eine Eisenrüstung machen oder direkt Dia Ne ne ich würde Weiß nicht Dia Rüstung Wir müssen schauen wie viele Dia kommen Aber ich würde auf jeden Fall eine Eisen für zwischendurch machen Na ok Geht zu riskant Ich habe Lava hier Das heißt wenn wir Oh richtig gut Aber es ist nur eine einzelne das lohnt sich nicht Ich brauche ich zu Stimmt Oh ja Also irgendwie habe ich das Gefühl wir haben ein bisschen Glück Ja Ich habe noch mehr Eisen Als ob Richtig gut Oh ja Ich baue mich einfach nur rein und schon wieder essen Jawohl Also Aber wie machen wir das jetzt bis um halb müssen wir da sein Weil wir dann direkt da bleiben oder ganz kurz weg und dann wieder kommen oder Ja gut ich würde sagen wir können eigentlich bleiben oder 1-2 Minuten müsste ich weg aber das passt oder Dass wir um halb ganz kurz gehen Naja klar Ist ja kein Ding Oh ja Oh ja Oh ja Ich mag Varo So wir haben jetzt 21 Eisen von mir in Öfen Was? Ja 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 genau Dann würde ich mal 2 Brustpanzer machen dann Na stimmt Haben wir ja genug Strip mine ist irgendwie langweilig Aber wir können jetzt recht lange nichts anderes machen Leider Oh ich glaube ich brauche bald eine neue Spitzhocke Ja ok ich brauche eine Und ich bin irgendwie ziemlich weit weg Dann komm mal am besten zurück Naja Äh Warst du das? Ich bin hier kurz ein Sneak wenn du das meinst Oh gut Und schon wieder Gut 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 Weil Problem ist halt das hier Das Springen halt das Problem ist Ja ok Äh ein Block hoch geht ja nicht wirklich So Mein Gold Oh sorry Ja dann mach es mal in den Ofen rein Gold und Eisen Ich mach jetzt 2 Eisen pro Panzer Ja richtig gut Gold kommt rein Eisen kommt rein Ja Boah danke Find ich gut So ich mach mir nochmal 2 Stein Spitzhocke Was ich schonmal mach ist ein bisschen normalen Stein um oben noch besser zubauen zu können Oder an sich hier mal vor der Base ein bisschen zubauen Dass man immer Stein hat Na gute Idee Aber warte Haben wir noch genug Code? Ich hab noch einen Halmstack Dann würd ich sagen machen wir uns noch ein paar Fackeln oder? Ja doch Sneakst du eigentlich immer noch oder wann? Oder nicht mehr? Im Moment nicht Gar nicht ich auch nicht Ja gut Ich hab wieder Eisen Hab wieder Eisen Ok perfekt Dann hol ich jetzt nochmal kurz Kohle Wieder 8 Stück Ja genau Ich glaub anderen Teams wird es genauso gehen Die alles finden Ist wahrscheinlich eine normale Vanilla Welt Ja Ja gut Aber Kohle würd ich schon fast links liegen lassen Ja Bisschen immer noch aber nicht viel Ja wenn es am Weg liegt Dann schon So ich geb dir mal ein paar Fackeln wieder Boah ich hätt dringend vorm Event auf die Lette gehen müssen Also ich hab noch dran gedacht Na ja 30 Sekunden muss ich noch warten dann kann ich Ja stimmt Weil dann ja gleich halb ist Ich denk da wird dann auch ziemlich viel aufgehen Ja und wir kommen ja direkt wieder dann Ja Kurz weiteren Verlauf besprechen dann Ok können wir auch wenn wir oben sind Wie wenn wir oben sind? Wenn wir wieder auf dem Server sind können wir ja trotzdem auch weiter besprechen Ja Rechnen müssen wir ja nicht vorher machen Aber wir gehen runter vom Server wenn wir dann kurz auf Gas sind Ja wir gehen jetzt direkt runter wenn die Nachrichten uns vergehen können Ja warte ich hab aber noch Eisen Ja ich muss aber jetzt dann direkt weg Achso lol ok Für ein paar Minuten Jetzt ist halb also jetzt müsste man eigentlich gehen können Wenn Dragon Gesetz schreibt passt das Ja aber er schreibt noch nix Ja kommt gleich Hoffe ich Ansonsten muss noch ne halbe Stunde warte Ja Oh Warum Es ist doch halb Tja Tja Mann Kann noch nicht sein Irgendwie Irgendwie fände ich es aber noch cooler wenn wir Also wenn jeder aufnehmen würde Ja aber es kann es geht nicht wirklich Ja klar Müssten wir dann vielleicht mal unter der Dine Croft YouTuber machen Ja Jetzt ist 31 Du darfst nicht runter Ja Ja Problems damit nicht gekickt wird kann ich nicht so gehen weil das wäre ähm sonst auch ne Möglichkeit aber das geht nicht ich muss warten Ja wieder kohle es ist 31 mann warum ich jetzt gleich echt nur einen geht es schnell kannst machen mache ich jetzt auch bis gleich auch bis schon wieder eine minute oder so darf man jetzt gehen oder immer noch nicht okay dann passt es so ich habe die öfen also nur mal so nebenbei ja weil ich dann schon mal eine dia spitzsacke machen können das problem ist halt wir haben halt noch weniger dias und wir haben kein wasser ja okay warte muss mal headset komplett aufsetzen okay laber ist auf jeden fall rechts von mir und jetzt sterbe ich einfach so durch glaube das wäre es jetzt passt richtig auf ja klar weiß kein problem was ja auch nicht was moment mina ist die border 450 ich habe jetzt echt fast gestorben habe es gesagt pass auf ja dann mache ich schon mal zwei schwerter ja perfekt alter wenn ich jetzt echt durch lava gestorben hätte ich glaube ich habe dabei sogar geholfen bei was beim ertränken danke also ich hab schon mal eine eimer heißt wenn du da immer wenn du wasser hast dann sagt bescheid ja wie gesagt hier ist eine höhle das heißt hier müsste auch irgendwo dann wasser sein problem ist halt wir müssen von der höhle wieder zurückfinden zur base oder wir ziehen jetzt alles um oder wo bist du dann gegangen weißt du das noch ja warte ich komme zurück dann kommen nämlich mal zurück mit mir alles andere so zubauen ja gut viele wege gibt es nicht also ich habe mich immer gerade ausgebaut oh ich sehe gerade wir bauen uns ziemlich zur border hin ja ja aber die geht ja erst ab morgen ja stimmt oder wie war das doch erst ab morgen irgendwann ab morgen wenn das server angeht das heißt da muss man direkt da sein oder vorher weg von der border in der kiste ist es noch stierschwert und deine hose ah toll danke oha dann zeigt mal den weg hin oder hatte ich will noch ein paar items weg tun die brauche ich nicht mehr so oder sollen wir direkt unsere sachen mitnehmen ähm ja wobei das hier bleibt wir müssen später aus besuch richtung eben das ist es ja okay ähm warte 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 lass ich erstmal zum bau ja 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 dass es darauf verwirrt wie machen wir es eigentlich von der taktik her hm wie ähm heute natürlich noch recht viel spielen weil wir noch einen kompletten raum haben ja klar aber morgen wenn die border ähm morgen geht die border zu das problem ist ich komme morgen erst später das heißt wir müssen uns heute ähm heute ziemlich weiter weg von der border ähm aussorgen naja gut so auf geht's ich bin grad zu sicher ist sicher ja klar aber hier lieber gescheit zu weißt du eigentlich ob es hier mobs gibt muss es ja sonst wärs ganz äh äh wärs ja kein Waro oh ist gelett geh weg pass auf hä hä aber das leckt richtig ich wollte schon sagen da stimmt gerade irgendwas nicht ich hab schon gedacht wieso treff ich da nichts ist da irgendwas jetzt noch mehr eisen nice hä ich kann ja keine doch da oben geht die Höhle weiter pass auf ja ja vor allem wenn es leckt musst du richtig aufpassen hä also die lecks in dem Moment richtig krass weil ich merke es auch so ein bisschen es läuft nicht flüssig hä wo bist denn der jetzt langgegangen ich bin hier irgendwo nach Höhle drin ja ja ich seh durch oh hier ist so viel oh da war da war da war da war ach nicht vor nicht stopp 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 hehehe ich werde jetzt fast rein mit vollgas echt jetzt ja ja ne bleibt mal lieber weg aber hier ist so viel eisen übertrieben wir brauchen bald ja gar kein eisen mehr ja also ich guck jetzt halt vorrangig nach wasser ja ein eisen können wir eigentlich immer gebrauchen oder ja wofür spitzhacken zeug und alles naja denn später will ich nichts mehr mit steinspitzhacke machen oh je oh je ja da gehen jetzt die ersten weil jetzt darf man oh lol hat gedauert gar nicht mitbekommen ach du bist auch da lol ja hier ist deine lava ok ja hier ist überall lava aber kein wasser ja oh und hier ist jetzt dunkel ich seh nix also keine fackeln ne ich hab noch welche problem ist baust du hier grade ja ich baue hier eisen ab ok dann bist du das ja oder warte ne wo bist du ich bin hier oben das bin ich wo äh hinterher nein das bin ich du hast mich grad zu erschreckt ich hab gerade eben nur was gehört und wussten hier für lust bist ja doch bin ich also ich seh jetzt fast gar nix aber passt aber passt oh ich hab was gehört das wär ja richtig nice ich hab ja zwei spinnen oh heißt wir können uns gleich einen bogen machen wenn es passt ja aber pass auf oder meinst du wir können auch später weitermachen wie meinst du das ich müsste jetzt gleich weg ich hab creeper gehört was ja ich hab das war bei mir alles gut oh jejeje naja wo bist denn du erstmal ich bin hier irgendwo nirgendwo man sollte sich schon noch finden vorher na da ich seh deinen namen ich komm grad problem ist nur wir finden vielleicht nicht mehr zur base zurück oder doch das kriegen wir hin mein minecraft fängt warte ja ja ich steh bei dir jetzt na ok äh wieviel später weiss nicht aber wir sollten problem ich würde nicht in die base zurück gehen jetzt ich würde es irgendwo aussagen wo man es nicht erwartet also hier zum beispiel oder wir bauen uns hier in die erde ein ja einbauen und das kann wieder auffallen einfach stehen bleiben oder ja können wir auch machen ich habe skelett gehört ja als einfach stehen bleiben ist besser ja ok einfach hier an der pflanze einfach hier so ja schön wann bist du dann wieder da ähm vielleicht so zwei stunden wenn es bei dir passt dann ist halt die sache dann ist 15 uhr wir essen halt dann auch irgendwann achso ja wir können ja einfach schreiben ja na ok aber ich würde sagen wenn ihr da bist direkt wieder auf dem server oder und dann weiter ja wenn wir halt zu zweit sind ja klar na ok mein gut anfang überstande erste folge überstande mit legs ja hab beste draus gemacht ja ok ok gut dann würd ich sagen bis später achso halt erst auslocken einfach raus oder hab oder was warte wir leben eigentlich noch mal kurz schauen hier bei uns waren grad partikel hier was wo kamen grad so steinpartikel runter ja so ja das ist das normal ja hab ich grad auch gesehen da kann ja keiner keiner sein da oben spectator vielleicht ja hier war schon wieder ein partikel das muss ein spectator sein also dann jo runter vom server einfach disconnecten oder ja mach ich so vorbei und bis dann das ist das2 das ist das und also das ist das es ist das das ist das Vielen Dank.